Ich kann es mir fast denken. Bitte benutzt das Laserschwert in der Täterseite. Ich glaube ich kann es mir jetzt sehr gut denken. Lachflash? Oh no! Also Lachflash. Lachflash incoming. Wollen wir sagen Traitor darf keine Schusswaffen nehmen? Kann man machen. Laserschwert oder so? Ja. Was gab es noch? Auf der Map gibt es keine Waffen. Oder der Traitor kann sich Waffen kaufen. Oh so. Dann machen wir das so. Der Traitor darf sich keine Schusswaffen kaufen. Minus. Ich hau einfach der Kenny tot. Gibt ja dann eine Waffe da. Es gibt das Laserschwert. Was gab es noch? Homerun! Homerun! Genau! Oh ich habe gar keinen Bock der Traitor zu werden. Wer ist es? Noch ein Mann. Wer holt als erstes eine Waffe raus? Aber erstmal ein Hit. Einfach erstmal ein Zeichen. Der Aufzug hier hinten. Wo ist hier nochmal der Aufzug? Warum schlagt ihr mich jetzt an? Warum nicht? Warte ich werde mitfahren. Ich werde mitfahren. Nein. Ist auch lustig, wenn das Wetter hier drauf ist. Und man drückt einfach ständig auf den Knopf. Chris ist einfach fast tot. Hey! Hör doch auf! Okay, der ist es nicht. Okay Jungs. Ich glaube, mein Lero ist es Kenny. Ich glaube es auch. Einer von euch beiden ist es. Der hat uns jetzt in der Hand. Wir können nicht verwachen. Ja. Ist es vorbei? Aua! Ich bitte ging es ja nicht hören. Ey! Der kackt da unten runter. Oder pisst dich? Ich hab... Ey! Was macht der? Warum kriege ich Schaden? Hä? Hä? Warum kriege ich Schaden? Du packst auch ein bisschen. Von Freaky wahrscheinlich. Vielleicht bei deinen Tile-Yanks. Ab! Ab! Ah! Könnt ihr! Es ist... Ha? Durch Welt ausgeschaltet? Hahaha! Ey Freaky, komm mal auf uns auf zurück bitte. Und bleib stehen. Hä? Was war denn das? Vielleicht durch den Wagen. Warum? Nicht nachvollziehbar... Warum war ich... Hä? Warum? Ich hatte extra schon ein Jetpack gekauft. Wozu ein Jetpack? Er soll mir die wieder hochkommen. Ist auch keine schlechte... Ist auch keine dumme Idee. Wie? Das ist das lustige Teil hier. Ich hab jetzt schon... Ich hab also gerade die Trouble-In-Terrorist-Town. Ja... Schon so ein bisschen zumindest... Ne. Was heißt schon so ein bisschen zumindest? Ja. Alter, Robert! Alter, Robert! Was macht Chris da eigentlich? Bitte schön. Ich hab nur noch Tippe kaputt. Nix. Besser, als du das hast. Ah, Chris, ich zeig dir mal was. Komm mal mit, Chris. Ich hab einen Laser-Shred. Willst du ja ein echtes Laser-Shred sehen? Das ist Ricky. Nein, ich müsste kein echtes Laser-Shred sehen. Naja... Das ist High Voltage, ne? So vom... So vom... Team-Boss, das hätte das schon so'n Reiz. Oder Kassel? Du bist eklig, Paddy. Du bist echt... Äh, nicht Paddy. Was ist denn passiert, Leute? Hi. Robert, warum bist du hurt? Weil ich da hinten aus diesem Raum rauskam. Ach, du kam. Ach so, ja. Das probier ich auch. Kenny, du bist eklig. Und komisch. Nein, das sind ja deine Gedanken, die immer nach den... Ekligen... Was passiert hier? 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 Der stirbt ja. Ich sterbe! Hä? Ich bin hier raus. Ich bin hier raus. Ich... Verdammt, ich fand hier doch zu... Willst du mich aufbringen? Ey! Ey, hör doch! Da war's nicht. Da war's nicht. Unerkenntnis. Nein, Kenny! Hilfe! Hilfe! Ja, Kenny, bist du denn überhaupt noch aktiv auf dem YouTube-Kanal? Äh! Ähm... Äh... Ich... Ich hab grad... Oh! Zutun! Ja, das hat Vorrein. Oh! Gegen... Wen? Er ist schon verloren. Gegen dein Boss. Der hat... Der hat seinen heftigen Schläger rausgeholt. Ja. Der hat seine Knüppel rausgeholt. Er hat seinen harten Knüppel rausgeholt. Seinen langen, harten Knüppel. Du hast dir doch letztens beigebracht, dass du das nicht mehr machen sollst. Das hast du doch schon mal im Liga-Rennen gemacht. Das hat dich gestört. Ja. Alter, Freaky... Klar, das... Das ist so... So ne... Weiß auch nicht... Wenn man im Renault reinfährt, so ne Cockstelle, das kann vielleicht schon mal das Hirn auffrischen. Also, René hat gesagt, dass hier... Dass sogar der Renault schuld hatte in der 130 R. Echt jetzt? Das ist der Renault schuld, hat René gesagt. Ja, klar. Wieso hatte der Renault schuld? Er hatte... Du warst vorhin, er hätte nicht reinziehen sollen. Aber wir lassen das Thema, weil sonst, sonst regnet's wieder, äh, Soiti Sakura. Ja, und dann muss ich ihm wieder Hentis und Daois und Juris kaufen und das will ich nicht. Da ist es doch! Ey, Freaky! Ja, was? Was? Du schlägst mich denn? Einfach ich? Hä? Kenny, ich bin dein größter Fan. Wer ist es? Jetzt hab ich mir mega das verlangt, Freaky zu töten, ne? Ich auch. Kenny, ich bin schwanger von dir. Hilfe! Hilfe! Nein! Es wird ein Junge. Nein! 24hp, bitte lass mir die. Er hätte lieber ein Kätzchen gehabt, aber na. Ich weiß schon, wie ich ihn nenne. Ich nenne ihn Sakura. Nenn ihn Woherdrecks. 4hp, Jungs, bitte! 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 Was? Bitte, Jungs! Was denn? Ah! Geh mal einfach aus deiner Richtung. Was habt ihr angestellt? Der hat mich gekillt. Also er wollte... Hey! Wie cool ist das? Ich guck mal da oben vorbei. Verdammt, Kenny ist es! Wow! Scheiße! Wir hauen uns alle gegenseitig weg und der ist es auch noch. Scheiße! Ja, Kenny, du hast eigentlich schon zu gut wie gewonnen. Robert willst du nicht runterkommen? Ich hab gedacht, der geht da alleine runter, der ist bestimmt eh noch. Hallo! Oh geil! Der ist da immer als Alamine reingelaufen! Ich dachte, man kann als Trader da einfach drüber laufen. Nein! Ich hab erst gedacht, ich bin reingelaufen. Weißt du, ich wollte die wieder aufsammeln, weil ich konnte ja jetzt nicht... Ich hab die genau vor dem Aufzug hingelegt unten und ich dachte mir, wenn ich hoch will, wenn du dich oben verschanzt, dann muss ich ja hoch, dann muss ich halt die Turtle aufsammeln. Aber nein, geht nicht! Da kann man irgendwie gelegte Turtles wieder aufsammeln. Nein! Ja, super! Dann hab ich mir die Runde selbst versaut, weil du hättest einfach oben campen können. Ich wär nie wieder hochgekommen. Du hast ja den größten Easy Win der Welt kaputt gemacht. Und ihr wartet vielleicht... Ich hatte noch... Zwei HP! Opa, du bist Groot, steht da. Ja, weil ich grad eben auf Freaky gehauen hab und dann noch Cheats zu dem Cheat getötet hab. Aua! Hilfe! Der muss es doch sein! Robert ist wieder dran! So schlägt mich schon wieder jemand! Nein, Kenny! Okay, laufen wir jetzt alle schlank hinterher. Hä, wer hat mich grad geschlagen? Oh, der ist badly rounded. Äh, der hat... Äh! Nee, das kippt der Sack! Ich hab ein AP im Sack! Der hat jetzt nicht! Der ist es! Wer ist es? Alter, klar, dass es Robert wieder ist! Aufsteig, Leute! Ah, der hat lebt! Ah! 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 Schnell! Renn um dein Leben! Renn um dein Leben! Aua! Mich hat er jetzt auch getroffen! Schnell! Verpiss dich! Ich bin wichtiger als du! Hilfe! Nein! Er kommt! Achso, das ist freaky! Das ist die beste Web aller Zeit! Ey! Nein! Du bist doch nicht Darth Vader! Ah! Hier ist Blut! 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 Hilfe! Ich will hier weg nochmal! Hier ist auch Blut! Da ist er! Er ist da! Er ist da! Ich hab Angst! Alter! Nein! Sag meiner Frau, dass ich sie liebe! Ah! Ah! Verdammt! Verspill war daneben! Ah! Komm geh hoch! Ah! Hilfe! Ah! Hilfe! Verdammt! Mein Verspill ging aufs Sofa! Hilfe! Mama! 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 Nein! Sag der Kuh, dass ich sie liebe! Weiß jemand auf Carelines einen YouTube-Kanal hat? Keine Ahnung! Ja, hatte ja! Und da hatte der wochenlang das Japan-Liga-Rennen auch öffentlich! Soll ich dir was zeigen, Freakie? Nein! Heißt du auf YouTube Carelines? Weiß ich nicht! Ja! Ich hau dir doch tot, Junge! Mann, ich wollte Forst-Pull auf dich machen, aber irgendwie funktioniert das nicht! Ich hab das jederzeit mit anderen gemacht! Ich treffe! Junge, ich töte ihn noch! Jetzt reicht's mir! Ja! Ah! Ah! Schau, Forst-Lightning hat der Weg! Hat das bitte jemand auf Aufnahme diese Runde? Ja, ich! Die muss unbedingt! Unbedingt auf YouTube! Beste Runde der Welt! Ja, man kann mit, äh, nachraten, die, äh, Macht-Kräfte umschalten auf Push, Pull oder Lightning! Die beste Szene ist wie wir alle vor ihm weggeraten! Ich renne dem Cheats-Pull hinterher und mache immer Forst-Pull und ziehe immer wieder zu mir her! Ich wusste gar nicht, dass es diesen Forst-Pull gibt! Wie kann man das umstellen? Aber Kenny, der haut direkt auf mich der Bühne! Ja, weil ich gerochen hab, dass du wieder dran sein musst! Äh, dann rennen wir alle vor den Pack! Dann halte ich mich einfach und höre ins Gleise verpasst! Alle hauen ab! Das ist gut! Die Runde muss auf YouTube! Die kommt auf YouTube! Beste Runde seit langem! Deswegen mag ich den jetzt besonders ganz witzig! Ey, der Welt ist schon da weg töten! Mach doch nicht mich! Ich bin das doch! Hier, oder ist das Lockerbie da! Ich hau einfach Kenny hier! Oder hier, Chris ist das doch! Warum bin ich denn das jetzt? Warum nicht? Die Kenny ist wieder am random hauen! Random hauen! Junge! Ey! Der haut mich einfach! Ich... Oh! Der hat uns zwei! Der hat uns zwei! Zau, der hat uns zwei! Hinterher! Hey! Wieso bin ich schon da? Hey! Ich hab drei HP, Junge! Mit drei HP bin ich sie hinterher gerade! Ich dachte ich wäre jetzt so unantastbar so! Nee! Nee, nicht wirklich! Nee! Wenn Leute die hinterher gerade! Dann... Alter, ich hab drei HP geholfen! Was ist das denn? Ich hab nichts! Jetzt bin ich ja nicht getroffen, ey! Der Kenny hat wieder random rumhauen müssen! Was kann man mit dem Lexus Schwert machen? Äh... Umschalten mit Nachladen! Auf Force Lightning! Force Pullen! Und Force Pullen! Das kannst du wegschießen! Und ziehen! Ja, kannst du unschalten! Mit Rechtsklick! Er benutzt ihn nicht! Beste Runde! Wir werden die Base hier runtergeschmissen! Ehrlich! Geh weg, Fricky! Okay! Geh weg! Okay! Okay! Geh weg! Okay! Okay! Geh weg! Chris läuft ganz ziel streben! So, was ist Kenny wieder verschanzt? Ich glaub Kenny ist es! Chris läuft dem so hinterher, der kann es nur sein! Ich geb den Boost! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Dacht das Kenny! Hallo, ich tu dir doch gar nichts! So, ich dachte es wär Chris! Hab dir auch nichts getan! Doch! Nein! Ich hab Angst gemacht! Aber du hast mir vorher auch Angst gemacht! Du hast mir Angst gemacht! Du hast mir Angst gemacht! Aber nur weil du mich geschlagen hast vorher! Oder versucht hast mich zu schlagen! Du hast schon wieder ne Pflanze zerstört! Ja okay! Ich brauch ein paar zerstörst! Oh ne! Die mach ich weg! Oh ne! Da 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 da! Fuck! Oh! Der ist jetzt gesehen! Nein! Ey! 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 Ich mach gar nichts! Ich mach doch! Ist ja wohl der... Hier! Ich kenn' dich wieder mit dem Hauen! Nein! Die ganze Zeit! Gar nicht! Oha! Ja du hast mich doch geschlagen! Ja jetzt... Jetzt killst du mich! Jetzt killst du mich! Herzlichen Glückwunsch! Scheiße! Nein! Ich hab Freaky geboostet! Alter! Wir waren doch so weit hinten! Wie könntet ihr mich noch einholen? Weil ich ihn geboostet hab mit Rechtsklick! Du hast ihn bis du an der Tür stehen... Musstest du an der Tür stehen bleiben! Ja ich dachte ich hab hier nirgendwo... Mann! Ich hätte... Ich hab aber halt geboostet! Das ist halt das! Bruh! Bruh! Das ist so schlecht! Deswegen war das kein random killen! Das war schon gezielt! Du hast die Tür vergessen wenn du dich vorher duckst! Echt? Hallo! Ähm... Mal ne Frage... Könnt ihr ein Kumpel und ich vielleicht noch mitspielen? Na klar! Wie gehen wir eigentlich? Ja! Ja sehr gut dann sind wir sechs! Das ist klasse! Ja! Ja hier steht noch sechs! Ich hol ihn auf hier den Teamspeak! Kröliere steht! Blöder Sack! Kenny ist es! Keine Kröliere ist es! Der hat Lichtschwert! Aaaaah! Bitte lass mich nirgendwo! Hilfe! 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 Oh no! Mung! Go! Oma! Rap this! Oh no! Aaaaah! Lass mich bitte erst einmal da oben! Haha! Ich bin treu hinter der Tür! Machst du doch die Dinge rein! Ich bin verdient! Ich bin verdient! Kann mir jemand anschlappen! Ich... ich... ich opfer mich! Moin! Hey triffst du mich vielleicht mal? Hier du... du... Winter! Winter! Du... du locker! Hier du Darth Vader Tür! Ich bin ja noch nicht getroffen mein Lieber! Ich bin ja auch nicht getroffen! Ja und? Jetzt hab ich dich getroffen! Ja ok tschüss! Handy kommt doch mal her! Was ist das Passwort? Äh... Ich hab Angst vor dem drehen! Aaaaah! Hilfe! 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 Ich hab Angst vor dem Mischlin ein L проster! Wenn du die Sets nicht hast, dann dauert das ewig lange. Es wäre schlau, die Kollektion von Gräuliro zu abonnieren im Browser. Der ist nämlich Modedesigner. Also was soll ich machen? Im Browser Steam eingeben. Und dann dich da einloggen und dann in Steam nach dem Workshop von... Wo auch Garrysmod Workshop steht, ist auch Kollektion in der Nähe. Und dann irgendwie nach Kollektion Gräuliro suchen. Oder Kräuliro packt einen Link raus. Ich bin jetzt gerade in South Raider, also... Ich müsste dich erstmal suchen. Ich finde aber gut, dass wir ohne Dings machen. Ohne Radar. Lebt nur noch ich? Ja. Dann muss ich mich ja bereit... Ich bin ja gerade am chatten mit Whatsapp. Mir hat sich das gerade alles aufgehangen. Ey, und der heilt sich sogar noch. Kollektion Gräuliro? Ja. Könntest du mir dann bitte den Link zukommen lassen? Das wäre ziemlich nice. Demnächst. Jo, ich warte. Sobald er nicht mehr Darth Vader ist. Genau. Hi. Du hast keine Chance gegeben. Oh Mann, ich hatte ihn schon bei... Ich hatte ihn nicht schlecht, oder? Mhm. Sendet ihr dann gleich auch noch den Link...